Ich weiß nicht, dass ich das hier niemals hinbekomme. Kannst du einfach neben mir leben, dann ist das für uns beide nicht so schlimm. Hauptsache, du wirst zur Bundesliga-Konferenz im Radio wieder daheim und dann sagt du uns einen schrecklichen Satz. Wir gucken doch, schwingt ganz kurz in die Dame-Abteilung. Und dann weiß ich nun nix Bundesliga-Konferenz.